Im Jahre 1450 gab uns die Gutenberg-Buchdruck die große Literatur zu entwickeln half. Der erfindete Zahnpasta Ottmar van Mayenberg hatte wohl nie gedacht, dass er unser Leben für immer verändern würde. Und wir dürfen nicht die vielleicht beste deutsche Erfindung aller Zeiten vergessen. Die Currywurst. Oder wie Goethe sie beschrieb, der Wurzeln sind genug vergesellt, lasst mich auch endlich Currywürste sehen. Doch von allen wichtigen Erfindungen, die Deutschland der Welt gegeben hat, ist mein Lieblings das Dusentriebwerk. Warum? Weil das Triebwerk mich von Kapstadt nach Deutschland tragen wird. Das Triebwerk würde von Dr. Hans von Ohain gebaut. Es ist sehr kompliziert und technisch, aber einfach ausgedruckt. Funktioniert es so. Triebwerke sind Currywürsten eigentlich sehr ähnlich. Beide sind zylindrig, ölig oder fettig und produzieren laute Geräusche und heißes Gas. Mit vier Dusentriebwerken kann ich in zehn Stunden von Kapstadt nach Deutschland reisen. Es würde viel länger dauern, würde ich auf eine Currywürste reiten. Herr Van Ohain, ich danke Ihnen also von Herzen, dass Sie die Welt für mich verändert haben. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.